Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder eine Runde Bad Wars. Wir sind jetzt auf dem Embrush. Ja, die Runde hat schon begonnen. Ich habe gerade eben eigentlich schon eine Runde aufgenommen, aber dann hat die ganze Zeit irgendwie so eine Speicheranzeige genervt, dass ich dann speichernd lernen muss oder sowas. Und deswegen muss ich das Ganze jetzt neu aufnehmen. Ich mache eine Kiste aus dem Silber. Ich kann mir zwar auch Silber davon holen quasi, aber eine Pickaxe meine ich. Aber so geht es ja auch ganz gut. So, ähm, er ist da schon mal totgesprungen. Eine Pickaxe kann ich mir ja jetzt holen, jetzt will ich noch ein Dingens bekommen. Und hol mir Äpfel und eine Pickaxe. Ich war jetzt nicht so intelligent, aber egal. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt haben wir 28 Blöcke. Ich kann mir vielleicht noch... Ne, Nachbar kann man sich bei sowas eigentlich nicht leisten. Jetzt kann ich mir nochmal 10 Blöcke holen. Dann habe ich 38. Perfekt. Dann... Was macht ihr hier? Was macht ihr denn hier? Lol. Alter, wer ist denn so schnell? Hä? Aber die Sache ist, ich hatte gerade eben eine Hunde, wo ich fast gestorben bin, weil ich runtergesprungen bin. Und das war lange nicht so. Ich glaube, wir werden daran verrecken. Der baut einfach nur hoch. Der baut ja gar nicht nach vorne. Hör mal. Das ist natürlich jetzt... Ja, mhm. Sehr suboptimal. Das werde ich nicht überleben, wenn ich da runter springe. Aber egal. Naja. Ich baue einfach noch weiter hoch. Alles klar. Bitte. So. Aber... Das geht doch ganz gut. So. Dann werde ich jetzt gleich direkt das Bett holen. Ne, joke. Natürlich nicht. 4 Blöcke. Baut du bitte weiter. Dann sneak ich jetzt auch mal. Oh. Geil. Ja, ich war voll. Das heißt, man kann das nicht überleben. Das kann man nämlich gar nicht überleben. Ich hole mir noch so einen Teil, zwei, drei davon und mach mal das. So, da kommt jetzt jemand. Werden die das oder? So. Perfekt. Da kommen wir jetzt gut durch. Oh. Das ist immer easy. Okay. Dann... Okay, hier. Okay, hier. Hier ist er. Schnapp die neuig. Okay, er fliegt lau... Das ist gerade übelst. Das leckt gerade übelst rum. Alles klar. Ach. Ja. Egal. Ich hätte eh nicht guter Clip. Ja, dann läuft es soweit auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich habe ein Gold. Ähm. So. Ah, die haben gewonnen. Perfekt. Würde ich sagen, das war es für dieses Video. Ich... Natürlich hier. GG. Ähm, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann. Und ciao. Bis dann.